Von Anfang an hat mich die Lession fasziniert, den Finanzsektor umzukrempeln und zu vereinfachen. Das war der Moment, wo ich wusste, Bitpanda ist für mich der richtige Broker. Ich bin begeistert seit der ersten Anmeldung, wie einfach und intuitiv eure Plattform zu bedienen ist. Für mich war wichtig bei Bitpanda, ihr habt von Beginn an auf Regulierung und Sicherheit geachtet. Und für mich persönlich ist ja nichts wichtiger als die Sicherheit meines Geldes. Deswegen macht weiter so, bleibt stark reguliert. Ich bin seit 2018 bei Bitpanda und seitdem ich mich eigentlich mit ihrer Philosophie beschäftigt habe, war für mich klar, dass Bitpanda mein Broker wird. Und was ich an der Community so liebe, ist, dass wir gemeinsam sehr viel erreichen können und auch sehr viel erreicht haben. Und freue mich, bei dieser Erfolgsgeschichte dabei zu sein. Diese auch weiterhin unterstützen und begleiten zu dürfen. Und ein eigener Haustoken, welches sich monatlich sogar selber verbrennt. Ich glaube, da sitzt noch eine Latte oben drauf. Mein Vater ist nicht so Krypto begeistert. Und dann kam die Werbung mit dem Mercedes-Benz München. Danach kam er dann plötzlich und hat mich spezifische Dinge zu Krypto gefragt. Ich wollte alles wissen. Und es ist auch genau das, was Bitpanda auszeichnet. Krypto, Finanzen, so einfach wie möglich für jedermann. Genau das haben sie auch erreicht. Richtig krasser Meilenstein. Und das freut mich als Trader von meiner Community wirklich sehr. Es macht mir immer Spaß, in der Telekom-Gruppe dabei zu sein, zu interagieren und mitzuschreiben. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr die nächsten 5 Millionen knackt. Die Firma macht so großartig und es ist großartig, dass sie Teil der Bitpanda-Familie sind.